Auf das 1872 annektierte Elsass-Lothringen verzichtet. Ebenso auf alle Konomien, auf Westpreußen und das Memelland. Danzig wird freie Stadt und Ostpreußen mit Königsberg zur Enklave. Nach Volksabstimmungen gehen noch weitere Grenzgebiete verloren. Im östlichen Schlesien entscheidet man sich für Polen, Euten-Malmedie geht an Belgien und Nordschleswig an Dänemark. Am spästen liegen die Milliarden von Goldmark an Reparation. Am spästen!